Okay, sehr gut. Fußboden, Laminar, Kiefer. Fußboden... Kiefer... Oh Gott, so ein helles, hässliches... Das war noch nicht fertig. Und... Keramikflieses graues Quadrat. Ja, 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 doch, ich weiß wieder was das war. Einfache Dickenlampe. Ich muss da zuerst... Einfache Dickenlampe. Äh, so. Ein Licht an. Dann, tiefer Schrank Anna. Die Anna. Mal dunkel. Ein Fernseher. TV. Ein Fernseher. Krass, hätte niemand gedacht. Ist denn fast noch verkehrt drauf? Was? Aaaaaaah. Guck mal. Life now. Hey, Moment. Das sind doch meine Sachen. Guck mal da, Toxtrain. Das habe ich angeschaut und so. Oh, mal aus. Das will niemand wissen. Couch Elle. Elle. Ähm. Zwar einmal ins Sessel. Da so schräg hin tu. Und die Couch. Äh, denn... doch... Elle. Nicht esse. Ich fantasiere auch schon vom Essen. Schankan Nemo. Küchenset mit Spülbecken. Äh. Andy. So was. Komm her. Weil das war verdammt lang hier. Schaffe ich das hier? Ich sehe es halt nicht. So. Äh. Äh. So. Äh. Äh. Der Otto. Bin natürlich auch noch hin. To. Otto Valkes ist es nicht. Jetzt setze ich da hin. Kashernd. Schlaf. Starrufen. 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 Oh, gut. Dass ich das so hin geklötcht habe. Okay. Einen Moment. Ich drehe es doch nochmal. Weil ich glaube, das passt sogar da hinten rein. Nochmal drehen. Kühlschrank mit zwei Türen. Kühlschrank. Kühlschrank. Ja, ich hab's angeklickt. Kühlschrank. Mit zwei Türen. Dann nehmen wir uns. Warte mal schnell, dann kann aber der... Ich dachte, er will vier Stühle. Türen im Golf. Wo stellt jemand Spüle an einen runden Tisch? Das mach nur ich. Schrank Granemo, Metallmühlein und Pantheon. Schrank Granemo. Granemo? Oh Gott, der ist riesig. Kann ich dich hier hin tun? Nice. Kann ich dich noch an die Wand stellen? Ah ja, passt. Müller einmal Pantheon. Pantheon. Erstmal Pantheon. Oh, ich hab's gehört. Aber ich hab... Ich sag den Pantheon. Weil... Runden. Warte mal einen Moment. Ich hab' ich gelb. Ich hab' ich gelb. Ich hab' ich gelb. Ich hab' ich gelb. Ja, ich hab' ich gelb. Also. Keramik Fliese, Grau. Boden Fliesen, Graue Quadrate, ja. Weil, wenn mach ich das so, dass sie nämlich graue Quadrate sind, dann noch da vorne auch. Dann kommt wieder alles Laminat. Das komische, helle Ding. Äh, im Ernst? Willst du dich mit mir anlegen? Guck mal, wenigstens Boden gebe ich mir noch. Was ist jetzt wieder los? Bodenfliee, Bodenlamina, Kiefer. Ist doch das, was ich hab. Und Keramikfliese, graues Quadrat. Ey. Bodenfliee, graue, graues Quadrat. Entschuldigung. Ich muss da ganz genau lesen. Graues Quadrat. Ah, die hässlichen wieder. So. Und so. Toll. Hab ich euch. Drei Dinge da. Hier rein. Hier geben wir Beige. Beige auf Teppichboden. Beige. Aber Beige. Nur Beige. Einfach nur einen hässlichen Teppichboden reinziehen. Decken auf der Birke. Eine. Eine. Gleich mal Licht an. Mhm. Gut. Heißt, was in der Mitte? Dann mal wieder mal. Einzelbett mal. Amilio. Uah. Standortschrank. Warte mal. Kann ja da im Eck schlafen. Standortschrank. Fjertion. Standort. 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 Fjert. Fjertion. Standort. Okay mit T. Äh mit D. Ah. Bäh. Du hast schon was du und du hast, aber... trolls sind das. wag ich noch nicht, wenn ich hier nicht fehlt, ne? Du hast Sieg dich. Beige. Oh, Frühling. Frühling. Okay. Frischi. Frischi, du bist zurück. Cool. Nice, toll. Tolles Zimmer. Das ist mal wieder ein Bad, Mann. Lass mich raten. Ein Clou. Nur das beste Clou. Erste Ding. Okay, dann scheiß hinterher. Ja. Entschuldigung. Die machen da was hin. Ein Spülbecken. Die sind ja schon wieder. Jedes Mal. Keramik, Fliesen, Weiß. Busböden, Bohnenfliesen, Weiß. Weiße Rechtecke, Grün, Weiß. Wände, Wandfliesen, Keramik, Fliesen, Weißer Birbel. Einmal, einmal Weiß. Einmal Weiß. Und? Weiße Rechtecke. Weiße Rechtecke. Nicht Quadrat. Weiße Rechtecke. 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 Es reicht eins. Wir sind hoffentlich nicht so augenkrebsig, wie ich das mir gerade vorstelle. Weiß es nicht. Weiße Rechtecke. Weiße Rechtecke. Weiße Rechtecke. Weiße Rechtecke. Weiße Rechtecke. Ich bin schon wieder eine Stunde hier dran. Wow. Hier will ich die Riesenprojekte aber nur in kleinen Teilen ziehen. Damit die nicht so zugedröhnt werden wie ich. die Pause habt. Die Pause habt. Und tschüss. Und hallo Garage. Du bist mein letztes Projekt? Ja. Könnte schon längst fertig machen, aber werdest du? Na schön. Streichel weiß und grau. Okay. Das hätte ich eigentlich hier rüber nehmen können. Aber egal. Und grau. Okay. Grau. Einfach grau. Grau. Gibt es? Ich will nur grau. Grau. Gibt es? Mh 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 mh. Ja. Hier ist dunkel. So. Wo soll es hier noch grau sein? Man kommt rein. Und dann ist das hier grau. Boah. Ich überfordere euch jetzt voll mit nem neuen Malstil. Ich hab keine Ahnung was auf euch zukommt. Ich hab keine Ahnung was auf euch zukommt. Wo ist soo? Die grau ist ne Vorstufe von Schwarz. Weiß ich auch, aber das hab ich nicht gemeint. Wieso mach ich mit Weiß eigentlich immer die Fenster? Das ist unglaublich. Jedes Mal. Hier zumindest jetzt. Miratsch. Du 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 du. Kein Boden? Nix? Gar nix? Ok. Seßeckige Denkenlampe. Ok. Seßeckige Denkenlampe. Na cool. Toll. Eine. Dann kommst du dahin. Wow toll. Nein. Lauren. Und wieder da. Wo scheint mir Kleider stehen doch. Wo scheint mir Kleider stehen doch. Wo scheint mir Kleider stehen doch. Wo scheint mir Kleider stehen. Weiß. Und die Lauren. Die Lauren. Ne ne. 100% fertig. Wenn irgendwo noch das Licht brennt. Ihr könnt mich mal. Tschüss. Machs gut. Für 20.000? Ernst? War jetzt aber sehr viel Arbeit für das. Dass es dann doch nur so bisschen was gibt. Heizepaar sind ideal. Wow. Toll. Gut. Dann sag ich erstmal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Genieß die Sonne wenn es draußen scheint. Oder auch nicht. Weil vielleicht ist es jetzt auch Nacht wenn dir das steht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.